Das ist nicht der Leuchtturm. Schauen wir weiter um, ob es ein zweites hat, da hinten beim Ölfeld, Ölraffinerie, oder Elektrowerk oder was das ist. Da sehe ich mal was. Und sonst nichts. Okay, also gehen wir dahin. Die Belohnung abholen für heute, wieder 15.000. Gleich ein Foto schießen. Das ist ein Foto schießen. Über dem Kamin und weg ist er. Ja, über diesem Kamin. Das ist ein Foto schießen. Das ist ein Foto schießen. Aber sonst gibt es hier nichts zu sehen. Das ist ein Foto schießen. 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 Vielen Dank.